hallo und herzlich willkommen bei wet dog gamble ich bin heute wirft ihr nach dem ticket und heute habe ich das spiel wwe champions ich werde es mal starten und habe schon heruntergeladen und meinen alten account gefunden also kann auch gleich loslegen obwohl ich eigentlich meine dass ich noch einen anderen account hatte weil der ist nur der will drei rektor partag gut egal weiter beute beute ich habe noch eine welche habe ich denn hier hmm nein 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 px Null, ok, nö, auch nichts, hier auch nichts. Auch nichts, und auch nichts, ok, was ist beim Shop, 26 Angebote, gratis video ansehen, da müssen wir nichts ansehen, ach, das sind... Ok. Na gut, dann gehen wir einmal auf die Dailies. Hm, das sind nicht die Dailies. Ok. 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 Weihnachtsgeschenke. Hurra! Schon so lange nicht mehr gespähter Spiele. Oh, 1600 brauche ich. Das dauert wohl ein bisschen. Ach, da. Tägliche Mission. So. Gewinne einen Kampf. The Roll. Gut. Gut, dann gewinnen wir mal einen Kampf. Ähm, er ist gelb. Wie war das gewesen? Ich brauche einen blauen. Ich brauche einen blauen. Rot, gelb, gelb, grün. Ich habe keinen blauen. Da nehme ich einen gelben halt. Ich brauche einen blauen, rot und gelb. Schanzina ist auf maximal da mehr. Ich brauche grün, rot und gelb. Grün, rot, da unten, rot, da 4. Grün. Da ist noch ein grün. Ach, der ist ja schon voll. So, dann benutzen wir mal die Fähigkeit. Ich brauche einen blauen. Er sagte, ich soll lieber rot, oder lieber rot. Ich brauche nicht. Psst, hier sehen wir. Okay, da kommt jetzt die grüne dran. Okay, da kommt jetzt die grüne dran. Gelb, rot, grün. Oh, oh. Da, rot. Rot. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. 1, 2, 3 Oh, das kann ich nicht mehr Das ist schon mal eine Reise, aber das ist schon mal die Wanne Dann werde ich mal hier rausgehen, hier rausgehen, da sind die Dailies, abholen, erhöhe das Level Einen Superhelden, äh Superhelden, Superstars, der ist voll, der ist voll, der hat den Pfeil nach oben, der hat zwei Sterne, probier lieber den hier. Gestern kommt es die Forstin, 16-9, so 16-9 oder? Level aufsteigen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Geht auch nicht. Grün, schwarz, gelb, grün. Stone Cold Standard Level 1, ja, das war drin. Gut. Der ist ein bisschen angeschlagen, der schon ziehen hat, da brauche ich jetzt eine Pause. Aber das war ja jetzt eine Daily aufleveln. Und jetzt, äh, erhöhe das Level 1 Superstars. Was? Hm, habe ich das nicht gerade gemacht? Achso, das Manöver. Hm, da konnte ich bei Steve Austin nichts machen. Dann kann ich hier ein Manöver? Ah, hier. Warte mal, nochmal zurückgehen. 0, 22. Doch, den kann ich doch verbessern. In cùng.. Dann werden wir springen hier im Himmel. ... 4. 2. 4. 5. 10. 11. 12. 12. 14. Und wie sieht es bei denen hier aus und da sind alle auf 3, alle auf 3, alle auf 3, alle auf 3, dann mache ich bei denen auch alle auf 3. Sooo. Nice. So, alle da ist geschafft heute. Dann schauen wir mal, das war jetzt gerade eine Sache von 15 Minuten vielleicht. Dann, 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 dann. Managerbelohnung abonnieren? Nee. Gehen wir mal hier auf Liga. Gewinne 5 Kämpfe auf dem Weg. Das heißt, ich muss noch 2 gewinnen. Vielleicht möchte ich mal den hier machen. Der hat nur einen Stern. Sowas mag ich ja natürlich nicht. Das ist so. Lila, lila. Und ich brauche. Was brauche ich denn bei lila, lila? Grau. Nur kein grün. Oh, kein grün. Also den können wir nehmen. Und. Und. Kein grün. In. Nimmer. Oh, er ist noch ein bisschen stärker als ich der Gegner. Gut. Dann wird es heute ein knapper Sieg. Für mich. Für mich. Für mich. No. Der kämpft gegen sich selber. Gut. Er braucht gelb, schwarz, rot. Gelb. Da sehe ich jetzt nichts. Schwarz. Schwarz, gelb, rot sehe ich nichts. Dann nehme ich den 4 auf. Dann gehe ich den roten auf jeden Fall. Schwarz nicht. Geh mich. Ich muss doch mindestens eine super Waffe benutzt haben. Danach kann man nichts tun. Gelb, schwarz, rot, rot. Ich hoffe das ist immer rot. Hier brauche ich blau, schwarz, gelb. Oh, blau, perfekt. Zack. Gleich wieder. Bam. Ein vierer Gelb. Zack. Ich muss den Scheiß nicht helfen. Mach ich meinen Gast jetzt. Ich kann mich so ein bisschen anfassen. 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 Aber wie sieht das aus? Ich gehe nochmal hier heim. Ich glaube den Kampf werde ich jetzt nicht nochmal machen. Meine Kämpfer sind angeschlagen. Ich kann mich so ein bisschen anfassen. 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 Okay. Ich kann mich zuerst machen. So, das muss ich nochmal anklicken. Okay, und das anklicken. Schön, ich hab was gekriegt. Auf jeden Fall springt ich das nächste. Gibt's hier was umsonst? Nee, 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 nee. Dann komm ich auf diese Seite, wo ich andere Spiele spielen kann und dadurch kriege ich dann irgendwelche Geschenke. Na gut. Dann brauche ich noch einen Sieg auf der Road. Liga. Dann habe ich das und kriege die eine Tasche. Okay, das zu spielen bringt jetzt nichts. Dann spielen wir den hier. Er ist gelb. Gelb. Ich darf keinen schwarzen nehmen. Und der ist angeschlagen. Den ersetzen wir. Durch. Steve Austin. Genau. Okay. Ich brauche den Schwarz-Grün wieder. Dann machen wir einfach wieder... Gelb. Grün habe ich nichts. Schwarz habe ich nicht. Ja, Gelb ist... Ich habe auch ein bisschen verloren. Ey, das ist doch meine Gelber. Ach, er braucht auch Gelb. Er braucht auch Gelb-Grün. Was ist das denn? Boot. Gut. Welch mache ich denn jetzt hier? Lass mich. Nein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, wir haben das gesehen. Ich bin der Fahrer. Ich muss das für dich. Entschuldigung, meine Erreger. Ich bin auf. Entschuldigung. Ich bin der Fahrer. Okay, jetzt so. Bild zum Beispiel des Warzes. Das ist ein Blauer. Wer hat es gesessen? Jetzt kriegt er den Geld. Ah, das ist der grün hinterher. Wow. Oh. Schon wieder nur 3. Hm. Das ist alles. Aber das war mein fünfter Sieg. Jetzt habe ich noch einen, der mit voller Energie da ist. Mit dem ich eigentlich auch spielen könnte jetzt. Ah. Aber jetzt wollen wir uns die Tasche. Zack. Wie kriege ich denn den zweiten Stern von The Rock? Ja. Möchtest du 5000 Münzen? Ich habe 32. Ach sicher. Ja. Ja. Super. Ich habe gleich zwei Sachen voll gekriegt. Einmal den und einmal den. Was haben wir hier noch? Erhöhe das Level eines Superstars auf Level 40. Kann ich das denn schon machen? Das Rock hat sich auch jetzt wieder erholt dadurch, dass wir ihn aufgelevelt haben. Okay. Level 40 geht leider nicht, aber er ist jetzt auch ein bisschen stärker geworden. Überlegen. Kann man hier aufgehen. Die Liga. Erhöhe das Level eines Manövers vom Superstar auf Level 5. Das schaffe ich doch bestimmt auch, oder? Ne, ich glaube doch nicht. Ich denke nicht. Hören wir mal mit seinem Manöver an. Grün habe ich ganz viel dazugekriegt. Ah, ne. 15 habe ich da nur. Hier habe ich 30. Das muss ich aber schaffen. Ne? Geht nur bis auf 4. Nein. Nein. Ich muss auf Level 5. Das ist bestimmt an den Sternen dann. Ja. Jawoll. Oh. Das brauche ich 3 mal. Hm. Ich glaube da habe ich auch schlechte Karten. Ich kann mal bei Steve Austin schauen, bei seinem Manöver. Oh. Da kriege ich nur einen hin. Ach. Ne. Und das schaffe ich noch. Ich brauche noch. Ein Manöver. Ah. Ich schaue noch mal kurz, ob ich was machen kann. Ich schließe eine WWE Tour in Chicago ab. Die Chicago Tour abschließen. Ja. Geht nicht. Ich kann da nicht kämpfen. Hm. Warum kann ich nicht kämpfen. Ach. Ich brauche 14.000 Übungen zum Teilnehmen. Na gut. Dann geht das auch nicht. Dann komme ich glaube ich jetzt gar nicht mehr weiter. Kein Geld mehr. Auf Level 40 erhöhen geht auch nicht. Hm. Ich müsste nur irgendwie ein Manöver noch. Warte mal. Warte mal. Wenn ich den da nehme. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Ne. Ach. Zwei Punkte für mir da. Zwei Punkte. So. Dafür mit zehn Punkte. Ärgerlich. Ärgerlich. Was kann ich hier noch machen? Was kann ich hier noch machen? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wenn ich den wenigstens aufleveln könnte. Also. Zum zweiten Stern. Dann könnte ich das Manöver hier. Fertig kaufen. Dann halt nicht. Mach ich jetzt aus Frust einfach alle. Manöver die ich voll machen kann. Voll. So. Da war schon Zina noch. Hier auch schon Zina auch. Den nächsten könnte ich locker fertig machen. Hm. Ärgerlich. Ärgerlich. Wirklich. So. Dann haben wir. Schau mal. Schau mal nochmal. Das krieg ich nicht hin. Das schaff ich leider auch nicht. Und. Das kann ich auch nicht. Weil ich kein Geld mehr habe. Ich hab da. 18 Nachrichten. Alle öffnen. Scheiße. Da ist ja kein Geld mehr drin. Alle öffnen. Hm. Das sieht auch nicht nach Geld aus. Alle öffnen. Ach. Auch kein Geld. Das sieht nach Geld aus. Ne. Aber jetzt könnte ich glaube ich wieder einen Superstar aufwerten. ein Manöver. Ja. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jawoll. Ja. Wir haben wenigstens die Quest auch noch fertig. Ach. Und da haben wir Geld. Ja. Auf Level 40. Auf Level. Ah. Ich kann nur bis auf 37. Ich glaube. Hat Turnier. Das werde ich auch nicht heute schaffen. Ich habe nur noch zwei gesunde. Wrestler. Die anderen sind alle angeschlagen. Aber ich kann zwei Kämpfe schon mal machen. Und dann ist es vorbei für heute. Genau. Da bin ich. Also ich brauche doch nicht die 14.000. Was brauche ich dann hier? Ah. Ich muss mal auch mal lesen. In den letzten Kämpfen. Ich müsste erstmal in eines Turnier durchspielen. Wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Okay. Ah. Also Chicago kann ich erst beenden. Wenn ich. The Road. Fertig habe. Das war doch das. NTX. Ah. Ich habe zwei Kämpfe noch. Uns sind noch zwei. Drei Kämpfe. Ah ne. Gelb. Ich habe noch einen grünen. Ersetzen. Durch ihn hier. Kämpfen. Oh ok. Grün. Schwarz. Blau. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Mh. 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 етowau. Mh. 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 Oh, das war so. Cool shots, cool shots. da habe ich mich voll erwischt ein bisschen Stein suchen aus wir wollen da versuchen wir mitmachen ok für ihn seine Schmerz nein das gibt es nicht Nein! Was hält die noch aus? Ich bin kaut. 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 Ah, okay. Ja. Ich bin kaut. Erneut versuchen. Aber jetzt nehme ich mir den The Rock. Ersetzen. Eine Stunde dauert das bei ihm. Boah. Gut. Das wird er jetzt aber verlieren. Gelb, blau, schwarz. Da ist blau. Da ist schwarz. Und wir fangen an. Da ist schwarz. Ich darf jetzt ein Ei aussuchen. Dann machen wir den. Und. Das zweite wird. Ne hier. Wow. Gleich hinterher. Oh, okay. Oh, okay. Nice. Na gut. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Meine Kämpfer. Meine Kämpfer sind jetzt alle. Ein bisschen angeschlagen. Und. Aber ich kann hier noch. Warte mal. Ich mach was anderes. Zack. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mach. Mach. so damit ist er wieder frei dann gibt es wieder ein kampf ich darf kein grün nehmen das sieht aber richtig übel aus ich habe nur noch rot gut ich dachte er wäre auch grün rot ist ein weiter gut das passt jetzt kämpfe ich gegen eine frau auch die schutz die schutz Schwarz-Rot-Gelb, Schwarz-Rot ist nichts dabei. Schwarz-Rot-Gelb, nee, wieder nichts dabei. Schwarz-Rot. Schwarz-Rot. Dann wieder Cloud. Gag. Schwarz-Rot. So. Ich fange da mit Connect Breaker. Spin Booster. Kein Gelb. Schwarz ist da. Hm. Kein Rot. Kein Gelb. Schwarz ist auch nicht da. So viel Lila ist hier. Gibt mir auch nichts. Nur der Blaue geht. Oh. Oh. Ich habe einen Roten. Wenn ich den Roten benutze... ist er schwarz. What is das? Oh. Oh. Und er hat sogar jetzt schon frei geschlossen. Rot. Ach. So. So. Einstellen. Aha. Ersetzen. Er ist kaputt. Alle sind kaputt. Alle angeschlagen. Alles gut. Dann würde ich mal sagen. Das war es für heute. Ja. Das bedeutet 3. Level 3 war das. Genau. Ich bin erst Level 3. Ich werde das Spiel mal beenden. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.